Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind immer noch im Primärrecht. Wir sind in der EU-Grundrechtecharta, im Artikel 8. Und ich habe Ihnen angedroht, dass ich mich jetzt ein wenig mit Absatz 2 von Artikel 8 beschäftigen werde. Deswegen, weil da drinnen ganz viel von den fundamentalen Prinzipien schon enthalten ist. Und deswegen, weil dieser Artikel 8 Absatz 2 vielleicht ein Grund dafür ist, alle Vorurteile, die Sie, wenn Sie nicht Jurist oder nicht Juristin sind, gegenüber Juristen und Juristinnen haben, zu bestätigen, weil dieser Absatz 2 so schön abstrakt ist. Er sagt nämlich gleich im ersten Satz, dass diese Daten nur nach Treu und Glauben verarbeitet werden dürfen. Und dieses Wort nach Treu und Glauben ist eine wunderschöne zweieinhalbtausend Jahre alte Rechtsfigur. Bei den Römern hieß das Bonafides. Und man kann dahinter natürlich ganz viel vermuten. Und man vermutet dahinter mit Recht ganz viel, weil hinter diesem recht abstrakt klingenden Treu und Glauben einige fundamentale Prinzipien des Datenschutzrechts bereits verborgen sind. Zum Beispiel der Grundsatz, dass die Daten, die über jemanden verarbeitet werden, richtig sein müssen. Oder aber auch den Grundsatz, dass diese Daten nur sparsam verarbeitet werden müssen. Also der Grundsatz der Datenrichtigkeit oder der Grundsatz der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit liegt in diesem Artikel 8 Absatz 2 Satz 1 schon angelegt. Genauso wie hier auch schon angelegt wird, dass die Daten nicht nur nach Treu und Glauben verarbeitet werden dürfen, sondern für einen festgelegten Zweck. Das ist auch ganz wichtig, diesen Grundsatz mal verstanden zu haben. Das ist der sogenannte Zweckbindungsgrundsatz. Das bedeutet, dass Daten, die für den Zweck A erhoben werden, bitte nicht für den Zweck B, der mit dem Zweck A nicht vereinbar ist, verwendet werden soll. Es darf also keine Datenspeicherung auf Vorrat geben. Es braucht einen Zweck und dieser Zweck muss im Vorfeld bereits bekannt sein, wenn Daten erhoben werden. So, drittens, ganz wichtig, man kann über Datenschutzrecht 30 Jahre arbeiten oder man kann über Datenschutzrecht 20 Sekunden arbeiten. Ersteres tue ich, zweiteres tun vielleicht Sie. Deswegen ganz kurz Datenschutzrecht in 20 Sekunden. Das geht so, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Wir wiederholen im Chor, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Und davon gibt es nur genau zwei Ausnahmen, nämlich dann, wenn es entweder eine Einwilligung gibt oder eine sonstige gesetzliche legitime Grundlage. Das ist der sogenannte Verbotsgrundsatz oder das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Anders als im wirklichen Leben, wo das meiste, was nicht verboten ist, erlaubt ist, ist im Datenschutzrecht das meiste, was nicht erlaubt ist, verboten. Deswegen, weil man eben eine entsprechende gesetzliche Grundlage oder eine Einwilligung braucht. Nachdem Sie im öffentlichen Bereich arbeiten, kann ich da jetzt noch was hinzufügen. Im öffentlichen Bereich ist das mit der Einwilligung auch immer so eine Sache, weil eine der Eigenschaften der Einwilligung ist, dass sie freiwillig erteilt werden muss. Im öffentlichen Bereich werden viele Dinge ohne Freiwilligkeit abgeführt, sodass im öffentlichen Bereich de facto ganz häufig zurückbleibt hier, dass es eine entsprechende gesetzliche Grundlage braucht. Eine datenschutzrechtliche Prüfung im öffentlichen Bereich sucht deswegen ganz schnell und ganz häufig nach einer gesetzlichen Grundlage aus eben diesem Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt heraus. Und jeder Datenschutzrechter wird schlecht gelaunt, wenn im öffentlichen Bereich statt auf die gesetzliche Grundlage ersatzweise auf die Einwilligung abgestellt wird, weil da eben dieses Freiwilligkeitsdilemma auftritt. So, und dann geht es weiter mit, dass auch schon grundrechtlich garantiert jede Person bestimmte Betroffenenrechte hat. Auch die stehen hier schon drin. Der einzelne Betroffene, die einzelne Betroffene hat ein Auskunftsrecht, der hat ein Berichtigungsrecht und muss dieses auch durchsetzen können. All das, nochmal gesagt, steht schon in der Verfassung. Und weil das alles aus den 80er Jahren kommt und in den 80er Jahren diese Metapher von Big Brother is watching you noch viel stärker präsent war, als das vielleicht heute der Fall war, hat man dann hier noch eine weitere Anomalie eingebaut. Etwas, was man sonst im üblichen Leben auch eher selten kennt, nämlich, dass bei der Durchsetzung dieser Rechte nicht nur der Betroffene tätig werden kann und muss, also sie oder ich, wenn wir das Gefühl haben, uns ist irgendwas geschehen, sondern dass es darüber hinaus auch noch eine unabhängige Stelle, eine Datenschutzbehörde geben muss, die prospektiv, pro futuro, also noch bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, überwacht, dass diese Vorschriften, grundrechtlichen, aber auch die Umsetzungsmaßnahmen, ordentlich umgesetzt werden. Deswegen ist also im Datenschutzrecht auch fundamental wichtig zu verstehen, dass die Datenschutzbehörden jetzt eine andere Rolle spielen als viele andere Behörden. Sie sind eben von Beginn an hier schon aus der Verfassung heraus mitgedacht als ein elementarer Baustein im Schutz des Betroffenen. Aufbauend auf diesen grundrechtlichen Prinzipien, wie sie sich aus der Grundrechtekarte ergeben, stehen dann übrigens schon an vielen Stellen Detailprobleme. Lassen Sie mich ein einziges winziges österreichisches Spezialproblem hier ganz kurz erwähnen. Anlässlich der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Österreich im Jahr 2017 wurde, wie ich schon erwähnt habe, ein Datenschutzanpassungsgesetz thematisiert. Dieses Datenschutzanpassungsgesetz hat in seinem Entwurf vom Juli 2017 unter anderem auch vorgesehen, eine Änderung des Grundrechts auf Datenschutz, so wie es derzeit im §1 Datenschutzgesetz 2000 formuliert ist. Diese Änderung hat eben eine Änderung der Verfassungsbestimmung vorgeschlagen. Allerdings ist das nicht zustande gekommen, aus genuin politischen Gründen. Die alte Koalition hat die für ein Verfassungsgesetz notwendige Zweidrittelmehrheit nicht mehr bekommen, war also nicht in der Lage, diese vorgeschlagene Verfassungsbestimmung im Gesetz beschließen zu lassen. Weswegen wir in Österreich jetzt die ganz eigenartige Situation haben, mit Stand Februar, März 2018, dass wir eine Grundrechtsgarantie nicht nur in der EU-Grundrechtekarte haben, sondern darüber hinaus auch weiterhin im §1 Datenschutzgesetz, so wie er in der alten Fassung galt, und dieses Grundrecht in Österreich daher insbesondere auch juristische Personen erfasst. Wir haben also mit Stand März 2018 eine Grundrechtsgarantie auf Datenschutz für juristische Personen im geltenden Recht, weil eben der §1, der das anders vorgesehen hat im Vorschlag Juli, da steht nämlich jede natürliche Person, so nicht beschlossen wurde. Das ist eine ganz eigenartige Anomalie, die sich aus politischen Verhältnissen heraus erklären lässt. Ob das so bleiben wird, wird man noch sehen, denn die Datenschutzgrundverordnung, dazu etwas später, schützt nur natürliche Personen. Dieses Datenschutzanpassungsgesetz, apropos, ich habe es schon mal erwähnt, setzt nicht nur die Datenschutzgrundverordnung um, sondern auch die Datenschutzrichtlinie. Auch das ist eine Anomalie insoweit, die Datenschutzrichtlinie nämlich im Bereich von Polizei und Justiz. Auch das ist eine Anomalie, dass man eben zwei europäische Rechtsakte in diesem Gesetz verarbeitet hat. Das wird nicht notwendigerweise in allen europäischen Mitgliedstaaten der Fall sein. §1 DSG ist davon aber nicht betroffen. Mit Stand heute, mit Stand Ende Februar, Anfang März 2018 gilt §1 Datenschutzgesetz 2000 mit seinem Grundrechtsschutz auch für juristische Personen, während der einfachgesetzliche Schutz oder der sekundärrechtliche Schutz, also der, der sich aus den restlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes ergibt und der, wie er sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt, nur für natürliche Personen gilt. Die Datenschutzgrundverordnung selbst vor dem Hintergrund dieser verfassungsrechtlichen Grundsätze verändert dann an diesen natürlich nicht so wahnsinnig viel. Deswegen, ich habe es schon im allerersten Video erzählt, ändert sich durch die Datenschutzgrundverordnung ganz wenig an den Fundamenten, die eben primär durch das europäische Primärrecht und durch die lange Tradition bereits geprägt sind. Es gibt an einigen Stellen ein bisschen PR-Theater. Vielleicht haben Sie schon mal was vom Recht auf Datenportabilität oder vom Recht auf Vergessen gehört, das jetzt durch diese Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden sein soll. Das stimmt auch im Detail übrigens nicht. Vielleicht haben Sie was von den Strafen gehört, aber ich würde das wirklich unter der Überschrift PR in weiten Bereichen abhalten und ablegen. Es ist nicht so wahnsinnig viel Neues. Im nächsten Kapitel geht es dann um die Ziele und es geht um die primären Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Das ist nicht so wahnsinnig viel Neues.